Ich glaube, dass wir einen großen Zeitenwandel haben. Ich kann mich erinnern, als ich jung war, ist das schon eine ganze Weile her, da gab es so viele Automatismen. Da war irgendwie klar, man zahlt in die Rente eine, Rest ist damit erledigt. Das hat sich geändert vor einigen Jahrzehnten, vor kurzer Zeit eigentlich erst. Und im Grunde genommen ist das noch nicht angekommen, dass ich mich selber entscheiden muss, was zu tun, dass ich möglicherweise auch gucken muss, wie kriege ich das überhaupt hin. Also ich bin als Einzelperson gefordert, zahlreiche Entscheidungen zu treffen. Und ehrlich gesagt, der Kontext, in dem ich sie entscheiden muss, als junger Mensch, ist ja nicht einfacher geworden.